Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde World of Warcraft Ich befinde mich hier gerade im Auge des Sturms Das haben wir alles schon mal gespielt Schon vor langer langer Zeit Ich habe mir gedacht ich spiele jetzt in World of Warcraft weiter Weil mir das bei Minecraft mit den Gehäcke zu viel wurde Das macht mir keinen Spaß mehr so richtig Wenn man da immer sieht, dass die Leute da hacken Und das haben wir gedacht Spiele ich in ein anderes Spiel Aber es hat sich auch schon letzte Woche gesagt Dass ich wahrscheinlich erstmal in ein anderes Spiel spielen werde Die...ja... Und ich wollte die Zeit dann überlegen welches Spiel ich spielen könnte Wo es so kleine PvP-Runden gibt Wie bei Minecraft Und...ja... Da bin ich zum Entschluss gekommen dass ich hier Am Waterfall-Kopf muss zocken Habe ich auch schon ewig nicht mehr gespielt jetzt Muss mir erstmal wieder ein bisschen reinfinden Aber ich denke mal Und das wird... Einigermaßen schnell gehen Vielleicht werde ich heute Morgen noch ein bisschen scheiße spielen Aber...ja... So... In die haben gerade reingeschrieben Drei Stück... Ähm... Zur Flagge Hallo...du bist du... Bei morgen... Die Kaffee geht in einer Minute Und den Inländern... Zack... Keine Ahnung... Die Nenner... Ach... So egal... So... Dann werden wir jetzt mal schauen... Da... Geh mal dahinter rüber... Da sind vier Stück... Da sind drei... Mit mir auch hier... Ah... Jetzt sind doch fünf... Mit mir... Komm uns jetzt mal unsichtbar... Und dürfen ein bisschen den Tur... Warten bis er kommt... Oder... Schleichen uns mal dahinten rüber... Bei dem Todeshecher haben sie ein bisschen Probleme so wie es aussieht... Der B11 Turm ist noch... Gut intakt... Hier sind zu viele Leute... Da ist ein Magiaturm... Da ist ein Magiaturm... Wo war das ein Magiaturm... Keine Ahnung... Ach, die R und Mage... Ah... Das ist mein... Nur die Kars und Mages sollen die Flagge holen... So... Da haben wir schnell mal... Eingekillt... Schnellen Turm nehmen... Okay... Die sind gerade am Hescher... Am einnehmen... Ähm... Ja... Ich glaube mal... Der Hescher ist jetzt verloren... Und... Worte eingenommen... Und... Worte eingenommen... Zubau... Andere Mauer... Mal schnell wieder rüber zum Hescher... Probieren... Den bisschen zu verteidigen... Obwohl schon verloren... Würde ich mal sagen... Ah... Mal probieren... Ah... Der B11 Turm ist weg... Ne... der B11 Turm... Ach... Der B11 Turm... Der B11 Turm... Ne... Dann geht das auch nicht... Das ist ein Gigapunk, das wollen wir nicht. So, der ist vorne, der ist noch vorne und der ist jetzt vorne. Sieht doch gut aus. Oh, ich habe gleich drauf. Gut. Gut. Ich bin hier. Ah, schon eingenommen... so ein Mist... Jetzt sind wir dahinter am einigen... Ach, da konnte ich ja mit wieder rausgehen... naja, so geht es auch... Haben sie jetzt alles eingenommen von uns? Boah, das gibt's so nicht... Das ist natürlich Übung, wenn die alles haben... Rechts ist gar nicht der B11-Turm... ich glaube dahinter ist auch nichts... Das ist Ali, Ali... Borde... Nichts... ok... 2x Ali... Und der dritte wird jetzt auch... Das ist so hart, oder? Das ist so hart, oder? Ja... Vielleicht auch nicht... Aber vielleicht knapp... Das ist so hart... Es gibt auch schlechteste... Oh, ne... Ich bin schlecht... Ich bin schlecht... Ich bin schlecht... Ich bin noch kein getötet... Das kann doch nicht sein... Die Allianz hat ein bisschen aufgeholt. Die Allianz hat ein bisschen aufgeholt. Gut, dass ich ein bisschen schneller laufen kann. Die Allianz hat ein bisschen aufgeholt. Ich habe den B11-Turm eingenommen. Die Allianz hat ein bisschen aufgeholt. Die Allianz hat ein bisschen aufgeholt. Die Allianz hat ein bisschen aufgeholt. Ein bisschen aufgeholt. Die Allianz hat 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 ein bisschen aufgeholt.